Wenn wir noch mal kurz über Sie sprechen. Sie sind heute allein hier. Gab es keinen wundernetten Herrn, der Sie begleiten hätte wollen? Also allein bin ich schon mal gar nicht hier. Ich kenne ganz viele Leute hier. Ich wurde auch hier von der Veranstalterin eingeladen. Und deswegen, ich bin jetzt gerade erst mal angekommen und treffe nachher meine ganzen Freunde hier. Weil in der Gemeinschaft macht es natürlich mehr Spaß, so einen Abend zu machen. Also alleine gehe ich auch gar nicht aus. Entschuldigung. Der Sommer... Man könnte sagen, der Sommer ist da. Wie verbringen Sie den Sommer? Gibt es so Rituale bei Ihnen? Also im Moment ist mein Ritual beruflich, weil ich bin beruflich sehr eingespannt. Ich habe im Sommer ein großes Projekt vor mir. Und daraufhin bereite ich mich jetzt vor. Und danach mache ich dann erst mal Urlaub. Wenn wir so ein bisschen weiter in die Ferne gucken, Wünsche, Träume für die Zukunft, poppt da etwas hoch bei Ihnen so? Ja, ich wünsche mir meine Familie mal wieder öfter zu sehen und dass alle gesund bleiben und einfach glücklich sein. Das ist das Wichtigste.